Lallelu Und jetzt kommen Sie mal ganz dicht, vielleicht können Sie dann was riechen von diesem traumhaften Duft der Zillertaler Spezialitäten. Was gibt es heute, Hannes? Also kannst du uns bitte diese Zillertaler Spezialitäten kurz erklären? Ja, wir bieten heute drei typische Zillertaler Spezialitäten, die allen ihren Ursprung der bräuerlichen Küche haben. Wir haben hier die Zillertaler Kropfen, bestehend aus dem Kropfenbratel mit Rockenmehl und Wasser, der Kropfenfülle mit Teiräpfel, Salz, Topfen, Graukas, weiters die Zillertaler Ofenlebe, ein Bestandteil des Zillertaler Festmenüs, das gern zu Hochzeiten gegessen wird und dann noch das Zillertaler Berglamm, servieren wir mit Bärlauchterie. Also eines steht fest, ich esse auf jeden Fall die Zillertaler Kropfen, weil das ist meine Leibspeise, Riedl. Was suchst du was? Lallelu, auch der Staatsanwalt hört zu, wenn die kleinen Nazis singen, lässt ihm das keine Ruhe. Lallelu, alle Büttel hören zu, wenn die vermaledeiten Nazis singen, kommen sie nicht mehr zur Ruhe. Nun lauscht den Klängen, oh, welch Ohrenschmaus, sucht euch aus den Liedern die allerschönsten heraus. Lallelu, auch der Staatsanwalt hört zu, wenn die kleinen Nazis singen, lässt ihm das keine Ruhe. Lallelu, alle Büttel hören zu, wenn die vermaledeiten Nazis singen, kommen sie nicht mehr zur Ruhe. Vielleicht sehen wir uns ja demnächst persönlich hier im Zillertal. Danke, bis bald und alles Gute. Es singt jetzt das Zillertaler Trio aus Beierhofen. Sie halten sich für die Klügsten der Welt, oh, wie sind sie klug. Erlaubt ist ihr nur, was ihnen gefällt, welch ein Volk betrug. Obwohl es doch angeblich eine Meinungsfreiheit gibt, rümpfen sie darüber nur die Nase. Eure Verbote sind für'n Arsch. Grüße aus dem Zillertal. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Und euch doch nicht um eurer Kumpanei. Wir singen beim Bier und singen beim Wein und wir finden's schön. Ein Lied nach dem anderen fällt uns dann ein, weil wir zu Deutschland stehen. Kameraden auf den Tischen noch ein Tralalala, für den Staatsanwalt noch eine Bolognese. Bette des Meinungs-Einheitspreis sollen doch zum Deibel gehen. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Schon gar nicht von der Staatsschutz-Polizei. Die Heimatliebe muss der Mensch behüten. Deutsche Schlager gegen Tyrannei. Ein bisschen Schinger, Sassar und Bums-Valara wird es auch in Zukunft von uns geben. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Das Singen nicht kommt auf die Fröhlichkeit. Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Schon gar nicht von der Staatsschutz-Polizei.